Welcome to VR Showcase, jetzt sehe ich schon die Anleitung, Concept Lowest Medium Highest. Ich gehe jetzt gleich mal auf Level 1, Höhe 1, ich fange mit dem kleinsten an. Passt, das habe ich schon. Im Teleportation Circle bin ich und ich bin schon drinnen. Ich kann schon nochmal gehen. So, die erste Münze habe ich genommen. So oder? Okay. Passt. Passt. So oder? Und ich bin wieder im Teleportation Circle und jetzt gehe auf Höhe 3. So, nehme ich die erste Münze. On to the next one. Well done. Jetzt schon tief runter, ja? On to the next one. Das ist natürlich sehr interessant. Ich bin jetzt so schräg drüber und damit habe ich es eigentlich geschafft. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020